Wo bleibt eigentlich das iPhone 9? Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCats. Die Frage wurde mir des Öfteren gestellt in letzter Zeit und die Antwort ist gar nicht so einfach. Eigentlich haben wir ja ein Ende März Event erwartet von Apple, wo iPads vorgestellt werden, wo das neue iPhone 9, die Apple Tiles und noch so ein paar andere Dinge vorgestellt werden sollten. Aber aufgrund der aktuellen Situation wurde auch dieses Event gecancelt von Apple und die iPads Pro, die wurden ja jetzt diese Woche schon vorgestellt. Ein Video dazu habe ich euch schon gezeigt, könnt ihr euch gerne anschauen. Und auch das neue Case, wie heißt es denn noch? Das neue, kein Case, das neue Magic Keyboard, wo das iPad Pro so drüber schwebt und man kann es in verschiedenen Winkeln einstellen, wurde vorgestellt. Neues MacBook Air und so ein paar neue Cases für die iPhones in verschiedenen Farben und ein paar Binder hier für die Apple Watch und solche Geschichten. Aber keine Apple Tiles, kein iPhone 9, da war gar nichts von zu hören. Und jetzt gibt es aber hier ein neues Gerücht oder sage ich mal von 9to5Mac eine Bestätigung, dass das iPhone 9 kommen wird und zwar als Plus-Variante ebenfalls. Jawohl, also wir werden nicht nur ein iPhone 9 mit 4,7 Zoll bekommen, sondern auch ein iPhone 9 Plus mit 5,5 Zoll. Also genau die gleichen Größen, die wir auch jetzt hier vom iPhone 8 her schon kennen. Und ganz klar, Freunde, das iPhone 9 wird das Upgrade zum iPhone 8 werden und nicht der Ersatz für das iPhone SE oder als iPhone SE 2 kommen. Das wird vermutlich erst nächstes Jahr der Fall sein. Aber ihr könnt schon davon ausgehen, wir bekommen noch zwei neue Budget-Iphones. Es wird eben noch ein bisschen dauern. Die Produktion, die soll jetzt erst angelaufen sein im März, trotz dieser ganzen Turbulenzen und Problemen in der Lieferkette. Und naja, ihr wisst schon, haben sie jetzt damit gestartet, aber dann wird wohl keine Vorstellung mehr jetzt hier im März kommen, sondern man kann später im Jahr damit rechnen. Bis September werden sie wahrscheinlich nicht warten, dass sie das alles in einem Event vorstellen mit den neuen Pro-Modellen. Aber ich denke mal so vielleicht zur WWDC, so um den Juni rum, wäre durchaus möglich, dass wir dann hier das neue iPhone 9 und 9 Plus sehen. Habe ich vorhin Pro gesagt, ich meinte 9 Plus mit 4,7, 5,5 Zoll und da gibt es noch ein paar neue Features, natürlich bessere Prozessoren. Das Display bleibt, wie es ist. Vom Home-Button her haben wir den gleichen Solid-State-Home-Button wie hier beim iPhone 7, also der wird nicht physisch eingedrückt. Da ist auch der Fingerabdruckscanner dann oder der Sensor weiterhin drin. Wir werden dann auch hier, naja, ihr wisst schon, hier die Ränder noch weiterhin haben, oben und unten. Designmäßig wird sich da, glaube ich, gar nicht viel ändern. Vielleicht ein paar neue Farben. Das war es dann aber auch schon. Was es noch neu dazu gibt, ist für die Videos Stereo-Aufnahme in Videoaufnahmen. Das ist eine Funktion, die wurde, ich glaube, erst bei den iPhone XS-Modellen eingeführt. Das wird das neue iPhone 9 dann auch bekommen, dass man hier in Stereo den Ton beim Video aufnehmen kann. Außerdem gibt es natürlich einen neuen Prozessor, den A13er und vermutlich 3 GB RAM bei dem neuen Modell. Und noch eine kurze News zu den iPhone 12 Pro Modellen, wenn sie denn so heißen werden, die ja im September dann hoffentlich bei einer ganz normalen Keynote wieder vorgestellt werden können und dann hoffentlich auch ganz normal auf den Markt kommen. Wir wissen jetzt schon mal mehr zum Kameramodul. Bisher war ja klar, wir bekommen drei Kameras. Die normale, die Weitwinkel und die Zoom-Kamera. Und es war auch schon relativ klar, dass da wahrscheinlich noch eine vierte Kamera dazukommt. Und jetzt, da das neue iPad Pro vorgestellt wurde, wissen wir, was da reinkommt. Und zwar der neue LiDAR-Sensor. Also der tiefen Informationssensor, der bis auf 5 Meter dann quasi den Raum kartografiert und für noch bessere Augmented Reality-Funktionen sorgen soll, der wird auch dann hier im neuen iPhone 12 Pro dazukommen, zu den drei Linsen auf der Rückseite. Und ist wohl ein ziemlich komplexes Teil, denn da wurde zwei Jahre dran entwickelt. Und der soll besser sein als diese Time-of-Flight-Sensoren, die man schon in so vielen Android-Modellen jetzt kennt. Da sollen nämlich irgendwie zwei Kameras drin sein. Und, naja, so ganz genau wissen wir es nicht. Aber es soll wohl eine recht komplexe und fortschrittliche Technik sein, die wir dann natürlich auch im iPhone 12 Pro vorfinden werden. Also, ihr seht, es bleibt spannend. Nicht nur wegen der ganzen Entwicklungen auf der Welt, sondern auch mal hier ganz normal bei unserem kleinen Apple-Kosmos. Ja, wir werden also noch einiges sehen. Ich bin auch gespannt, wann die Apple-Teils noch vorgestellt werden. Also die Teile, mit denen man verlorengegangene Dinge auf eine ganz einfache Art und Weise wiederfinden, kann. Und, naja, wir werden sehen, Freunde. Also, so viel Infos zum iPhone 9 und zu den iPhone 12 Pro-Modellen, die dann hoffentlich im September vorgestellt werden. Und, ah, eins noch, die Prozessoren der iPhone 12 Pro-Modelle, die sollen ja richtig, richtig viel Power haben. Die sollen bis zu 3,1 Gigahertz hochtakten können. Und ich glaube, die aktuellen bei den iPhone 11 Pro-Modellen können, korrigiert mich, wenn ich mich jetzt täusche, ich glaube, 2,7 Gigahertz schnell werden. Also, da gibt es doch mal einen richtigen Boost mit den neuen Prozessoren. Wir können gespannt sein. Außerdem, ach Gott, ich hätte fast noch was vergessen, wird auch gemunkelt, dass es eventuell sogar noch mal ein neues iPad Pro Ende des Jahres geben soll. Und zwar ein iPad Pro mit aufgebohrtem Prozessor. Der aktuelle Prozessor ist ja so ein Mittelding aus dem bisherigen und dem, der jetzt im September kommt. Und da könnte es sein, dass im September oder Ende des Jahres noch mal ein Modell vorgestellt wird, wo dann der neueste Prozessor eben noch mal in einer aufgebohrten Version für die iPad Pros rauskommt. So was hatten wir schon, dass es zwei iPad Pro Vorstellungen gab in einem Jahr. Könnte uns also auch dieses Jahr noch mal bevorstehen. Also, echt, echt eine spannende Sache. Ich halte euch auf dem laufenden, Freunde. Und ihr bleibt mal schön zu Hause. Schaut euch noch ein paar Videos an, baut Lego oder macht sonst was Schönes. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!